Wir haben uns jetzt mit der legislativen Gewalt beschäftigt, mit der exekutiven Gewalt und wenden uns nun der dritten Form zu, der judikativen. Und zunächst zu der Frage, warum die richterliche Gewalt eigentlich so wichtig ist für eine Demokratie. Das ist relativ einfach. Im Rechtsstaat kann politische Herrschaft eben nur im Rahmen des Rechts ausgeübt werden. Wir wissen das eigentlich seit Montesquieu und seiner Schrift vom Geist der Gesetze aus dem Jahr 1748, wo er sagte, dass Gewaltenteilung die Bedingung schlechthin für den Rechtsstaat ist. Wir erinnern uns auch an die Weimarer Republik, die man als defekte Demokratie in dem Sinne bezeichnen könnte, dass es eben keine unveräußerlichen Grundrechte als Schranken der staatlichen Herrschaft gab und eben auch keine Unabhängigkeit der Gerichte. In der Bundesrepublik ist es so, dass es keine scharfe Trennung der Gewalten gibt, sondern eine, wie man sagen könnte, richterliche Überprüfung des Handelns von Legislative und Exekutive. Josef Isensee, ein berühmter Staatsrechtler, hat mal gesagt, dass das Recht die Instanz des letzten Wortes darstellt in der Bundesrepublik Deutschland. Man könnte ferner sagen, dass durch das Recht der Rechtsschutz der Bürger gegen Gesetzgeber und Verwaltung gesichert wird. Es gibt für jeden von der deutschen Staatsgewalt Betroffenen die Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde. Das ist ganz wichtig als Innovation im Vergleich zur Weimarer Republik. Und wichtig ist eben auch der Begriff der wehrhaften Demokratie. Was in der Weimarer Republik an sich zum Untergang geführt hat, ist, dass verfassungsfeindliche Parteien nicht verboten werden konnten, was jetzt in der Bundesrepublik möglich ist. Und auch schon mehrfach praktiziert wurde in den 50er Jahren durch das Verbot der Sozialistischen Reichspartei, die sich in der Tradition der NSDAP gesehen hat und deswegen in einer antidemokratischen Tradition durch das Verbot der KPD. Später ist es versucht worden, mit der NPD in den 2000er Jahren allerdings an verschiedenen verfahrenstechnischen Gründen dann gescheitert. Wir haben es hier in Bezug auf das Recht mit einem besonderen Berufsstand zu tun, dem des Richters. Dazu gehört eine umfassende, sehr gute Ausbildung. Die Akteure laut Grundgesetz, Artikel 92, sind Bundesgerichte, Landesgerichte, aber für uns und unseren Zusammenhang Gewaltenteilung vor allem wichtig, das Bundesverfassungsgericht. Wir sprechen in Bezug auf die Bundesrepublik von einer Verfassungssouveränität. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht ist eine extrem starke Instanz der Normenkontrolle und wie wir bereits wissen, ist es ziemlich schwierig, in Deutschland eine Verfassungsänderung, also eine Änderung des Grundgesetzes vorbeizuführen.